Oh, Link, ich wollte nicht, dass du damit reingezogen wirst. Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Haus nicht verlassen. Nimm mein Schwert und Schild und hör mir zu. In der Klinge schlummert eine verborgene Kraft. Halte den B-Knopf gedrückt und lass ihn dann wieder los, um die geheime Technik freizusetzen, die uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. Link, du kannst es schaffen. Rette die Konzesse. Zelda ist deine. Sie ist deine. Z-Zelda ist meine was? Z-Zelda ist meine was? Was ist sie? Rette! Was? Mach auf! Oh mein Gott! Z-Zelda ist meine was? Was ist sie? Hier ist ein Fehler, so mach auf! Los, was ist denn Scheiß? Nein, ich hör nicht auf! Was ist Zelda? Was ist Zelda? Ich will in meinen Schwertranstelle gestiegen, wie wir verwahren. Zack schon! Link, komm und rette uns vor, Zelda! Ich will sie! Oh Gott! Oh Gott! Was ist Zelda? ARD Text im Auftrag von Funk